Asurkäf. Das wird spannend. Ah ja, dann schauen wir uns drin weiter zu. Ja, probier es einmal mit Reparieren vielleicht. Ah, ist gerade dabei. Ich selber schon bei einem Vierl. EKBS, das geht rein, weil sonst gegangen ist eh. Ist recht schwer. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Boah, klärt's woher auch gerade. Oh, da steht er noch. Tja. Waschloch. Ah, ich wäre gerade der erste gewesen. Löwen dekratiert. Ha. Dixer. Na, na. Na, na. Au. Der ist mir jetzt gar am Sicht gekommen. Oder wo dort wo geschossen wird. Wo war denn der Typ jetzt? Ah, ja weil es die Vorher aufkriegt, dass das Einzelschuss war und keiner sagt das, es steht eh am Anfang wenn's das kriegst dort was ist. Geh mal Ruhe. Wir wechseln steht nämlich nicht dort. Das war ein souveräner Kopfschuss. Das stimmt. Ah, geh! Der hätt sie mir verdient. Wieso ist der so leise? Ich muss den Donau fahren. Jetzt nimmt man den Kiel weg. Was soll denn der Scheiß? Kreuzfeuer. Der stirbt. Halt er mich. Ich hab einen Österreicher angebracht. Das wollen wir nicht. Nein. Der Hund legt sie nieder. Ich muss die niederlegen. Bist du Erster? Ich bin Erster. Ah ja, ich bin Erster. Das hat mich noch viel Brust überlegt. Direkt ein Dreh von meinem Raketenwerfer. Ja, das hebt auf. Schrautflanken. Reißt euch zusammen, das hier ist noch nicht vorbei. Hm. Sovendor. Wie ist das? Wie ist das? Hm. Scheiße. Ich hab die gesehen. Ah, Scheiße. Na, jetzt kommt einer von der Seite noch. Ah. Wahrscheinlich auch ein Einzelschusswaffen. Aber ich hab Gott sei Dank gut gezählt. Oder ein Maßen gehabt. Nimm es nicht. Thomas. Wegen die hat mich jetzt wer überholt. Na. Jetzt bin ich nur Vierter geworden. Ich bin jetzt der Dritte. Weil wir relativ lange fahren, gell. Jetzt überholt mich der. Ja, mit dem Messer werfen, das bring ich sowieso nicht zusammen. Ich weiß nicht wie oft, dass ich schon Zweiter geworden bin, weil ich mein Messer gar nicht offen hab. Das kann ich auch aber nicht.